Und wenn nun ein Profit-Center eine Sparte ist mit eigener Gewinnverantwortung, was bedeutet? Das Was ist vorgegeben, das Wie ist freigestellt, dann ist ein Investment-Center ein Profit-Center Plus. Ein Investment-Center ist ein Profit-Center Plus. Also jedes Investment-Center ist automatisch ein Profit-Center. Und zwar ein Profit-Center Plus Disposition über Investitionen. Ein Investment-Center bekommt also ein Investitionsbudget und kann über die Verwendung frei entscheiden. Es kann frei entscheiden, wie es diese von mir aus eine Million Euro verwendet. Das ist ein Investment-Center. Ein Profit-Center mit zusätzlicher Dispositionsmöglichkeit, Planungsmöglichkeit, Verfügungsmöglichkeit über ein Budget, über ein Investitionsbudget. Den Begriff Profit-Center hören Sie in der Praxis sehr häufig. Investment-Center hört man nicht so häufig. Und der Zusammenhang ist, jedes Investment-Center ist ein Profit-Center. Aber nicht jedes Profit-Center ist ein Investment-Center. Können Sie folgen? Das ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden.